Musik Hallo alle miteinander, wir befinden uns hier jetzt im Nebengebäude der Musikschule im ehemaligen Kloster, auch bekannt als Alte Schule. Und jetzt hören wir schon im Raum 6, da wird Musik gemacht und schauen wir mal, wer dort unterrichtet. Hallo, grüß euch, ich bin der Fritz Gasser, ich bin der Muse, die redet nicht pflichtblos Instrumente in der Musikschule Bob Birnburg. Da herinnen seht ihr meinen Unterrichtsraum und ich darf mich freuen, wenn ihr jetzt auch nach ein paar Stunden vorbeischauen könnt habt. Fiat euch!